hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von faktorio hier aus die game studio mein name ist master schröder und ich stehe hier mitten in einem absoluten neubaugebiet ich habe nämlich sagen wir mal über die woche hinweg immer mal wieder abends hier dann gesessen und habe immer mal wieder hier sand rein geschmissen um die insel zu vergrößern um diese kante mal gerade zu kriegen um diese gerade zu kriegen nur um dann glaube ich irgendwo habe ich eine ecke eingebaut war das irgendwo habe ich die kante reingebaut die denn auch noch genau die noch noch dazu führt dass ich hier ein rausgehen da zwei rein also das naja ganz mit dem gerade hat sich geklappt aber beim nächsten mal und ja das haben wir oder das ist sozusagen mein werk über die zeit gewesen was dazu aber geführt hat dass natürlich jetzt sämtliche produktionen erst mal alles so produziert haben wie es produzieren sollen ich habe noch ein bisschen sand in der tasche den werden wir dann aber hier irgendwo lassen oder wieder zurückbringen in die große kiste werden mal gucken was noch zu sachen geführt hat ist dass hier jetzt hier stehen meine reparierbedürftigen türme immer wenn ich sand geholt habe ich die kaputten türme hier rausgeschmissen kaputt mass steht hier ja dazu geführt dass der sand hier ist wieder voll also das vollständig voll und hier gut da sind nur noch 149 stacks belegt so 148 k ungefähr drin das liegt an dem jahr generellen dass ich irgendwie jetzt weniger oder den sand kann man sich von hier noch mit geholt habe die ganze zeit nicht wo haben wir sand jetzt hier mit dran gebaut ich habe euch das sind mit dran gebaut betonwerk großes da unten weil wir hier jetzt auch sand herkriegen und häufiger hier sand raus geholt wird das als aus den anderen kisten das hat auch für ordentlich gas und ähnliches gesorgt hier unten das ist schon mal schön ich bin auch gut dass das hier mit dem abwackeln ganz gut funktioniert was zeug ist noch nicht abwackelungsbedürftig also das ist schon mal ganz gut okay so dann kam über die sinnhaftigkeit oder unsinnhaftigkeit des ausbaus dieser teile hier auf stufe also auf den nächsten crosser crosser drei oder vier oder sowas das auszubauen ob das sinn macht oder keinen sinn macht es macht sinn macht nämlich in dem maße sinn dass wenn hier nur eine farbe drauf liegt die eine farbe schneller runter geht weil dann die crosser das schneller machen was natürlich durchaus aber auch dazu führen kann das sand oder dieses förderband ja voll werden weil dieses förderband dann nicht mit die menge die hier rauskommt ab transportieren kann das ist ein problem was danach entstehen kann ja aber generell ist hier erstmal das update auf den größeren doch soweit sinnhaftig gewesen dass wir sagen können wenn dann hier jetzt nur eine farbe im kreis fährt dass sie dann schnell raus gesammelt wird und wir die dann schnell los werden deswegen die sachen schneller gemacht so das wollte ich nur erklärt haben weil da fragen aufkamen und wenn dann fragen aufkommen möchte ich natürlich ganz gerne auch geklärt wissen bzw klären können im zuge dessen warum ich was mache und mir dabei was denke oder nicht sind hier immer so zwei paar schuhe da muss man ja dann auch manchmal einfach mal den dingen fragen so dass man den ganzen elektrik pols die ich jetzt mittlerweile hier mit mir rumgeschleppt habe weil ich brauchte jede menge als ich das hier entwurmt habe musste ich immer eine stromleitung nicht für meine plasma türme deswegen braucht die elektrik pols die habe ich jetzt noch in der tasche naja passiert so dann haben wir jetzt hier ein zug voll mit sand genau und ein bisschen alien gelöt hier das war ja auch wieder sehr semi clever so den können wir dann noch reinschmeißen und dann werden wir das jetzt mal wieder weg bringen ich habe jetzt eigentlich nicht vor weiter sand reinzuschmeißen beziehungsweise doch ich könnte mir vorstellen dass ich jetzt irgendwann noch mal vielleicht heute abend den rappel kriege und mir sage jetzt möchte ich es ganz eckig haben also wirklich eine komplett eckige insel oder sowas das kann doch passieren dass ich den rappel kriege heute abend oder so wenn ich dann irgendwie wieder lust und laune habe aber aktuell sieht es nicht so aus so bist du der nee du der der bist du das kann einfach mal dahin so dann kann ich mir erst mal das zeug wieder zurückbringen dann muss ich mir mein zeug wieder zusammen sammeln müsste da hinten rumliegen und dann muss ich ein paar reparatur teile machen damit die reparatur teile haben ja gut den ausbau beziehungsweise jetzt der da stattgefunden hat der wird natürlich auch genutzt wir wollen natürlich dann noch in war jetzt herstellen demnächst gleich das erstmal raus lassen können nur dass den land mitnehmen meistens darum einfach so wieder rein dass das mal wieder drinnen mach ihn da erst drin da so spieler hundertstext mehr drin müssen nur darauf achten dass der nicht verläuft nur dass wir das wir verteilt aber gut dabei eine umstellung machen der produktion von allen anderen denke ich mal wird er nicht mehr volllaufen hier so behalten wir tausend für mich weiß nicht ob ich dann in meinen anderen kisten ob ich es drin habe dann werden wir jetzt dahin waren das habe ich hier schon mal nachher da na egal so wenn wir nämlich diesen ganzen alien kreppel hier los wir brauchst ja auch jetzt nämlich unbedingt so kann man jetzt den da ein grünes ventil brauche ich eigentlich auch nirgends was ist das eine sache ob man das mal irgendwann brauche oder nicht braucht das kann ich im zug lassen das nicht oder stimmt so was haben wir denn noch alles was eventuell mal irgendwo hin transportiert werden könnte wo es gebraucht wird dann mag den könnten wir wegschmeißen die gionen könnte man mal irgendwann durchsortieren aber ansonsten ist hier eigentlich nichts weiter drin hier ist jede menge krempel drinnen den mann woanders gebrauchen könnte oder auch nicht weiß ich nicht der jahrs pumpen haben wir noch das ist natürlich schlecht hier im salination plan liegt die auch noch drin die tanz lagertank all corners die will ich sowieso erweitern lagertank 2 nehmen wir nicht obwohl kann ich den zum all corners machen glaube nicht ne brauchst du mal all corners lagertank 1 ok dann lass mal den da so die dinger kann ich ja mitnehmen hier petro chem tank davon habe ich 30 stück hier oben ok die kann ich mit dem den 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 mitnehmen das brauchen wir demnächst salination plant kann man auch mitnehmen erst mal ansonsten brauche ich hier die flares kann man mitnehmen so ok ach ja diesen komischen bürger den kann ich auch da reinschmeißen ja stimmt die wenige hier sammelt wir haben dafür schon 128 die zerschieß ich mir immer diese pflanzen wo die dran ist und ich weiß nicht ob das so gut oder schlecht ist dass wir noch sehen so aber wir haben jede menge holz das heißt also falls uns mal irgendwann die energie ausgeht oder sowas dann apropos energie ausgeht das wollte ich mal gucken wie sieht das überhaupt aus bei der energie und sieht ganz gut aus zu können liegen voll die förderung okay dann ist ja gut so dann werden wir jetzt wieder hierhin fahren habe ich da nicht ein der da in der nähe ist der nicht der nicht der nicht der nicht der nicht wirklich kein der da in der nähe ist okay wer kommt wirklich dann ist die mal rausgespüssen so machen wir hier oben erst mal weg so jutsch dann wollen wir hier nämlich unseren ganzen krippel mal einladen wieder denn der hier um liegt schon viel zu viel wieder sondern machen wir dann hier ist ein bisschen auslagern dafür ist dazu geht durchaus mit da das war ein bisschen was auslagern können immer zu viel von bestimmten sachen haben ja aber ich kann immer habe kann ich ja die lagertank ist ähnlich weiter also das ist dann nicht weiter also jetzt haben wir hier nur jede menge rausgenommen 11 stück von also ich könnte einmal den kann ich ja sowieso erst mal so dann das kann man lassen das können wir auch erst mal lassen das wollen wir auch noch mal auch gebrauchen das ist ja das komplette werk naja gut weiß ich nicht ob ich das so weiß ich nicht ob ich das so brauche lassen wir erst mal drin dann müssen wir doch hier ausmisten den da weg den da weg das brauche ich jetzt gerade nicht das kann hier rein das kann hier rein muss ich auch nicht so ok das kann da auch erst mal rein ich immer diese momen alles mal her haben die kisten kann man auch erst mal reinsortiert so youtube so ahja das ist also sozusagen klar kiste gewesen für den bau gut ok dann haben wir das erst mal jetzt gehen wir dann mal schnell da unten rum ich muss mal gucken was da so fehlt da fing glaube ich ein paar ventile und ähnliches hier und nicht gesetzt sind was hier blinken gilt das müssen wir untersuchen welche teile die nicht bauen konnten und also erst mal die fabriken hier ja da haben wir die ganzen tanks und die ist auch dran das funktioniert schon mal dann haben wir hier die weißen ventile falls ihr die serien in hintergrund hört oder so macht euch keine gedanken dann ist sozusagen funktionsüberprüfung der das gibt es immer regelmäßig jeden sonntag glaube ich ist das oder jeden zweiten sonntag ich bin mir nicht sicher früher war es mal am freitag das weiß ich noch genau weil wir freitag immer ganz gerne essen gegangen sind in der nähe vom rathaus und die sirene ist oben auf dem rathaus drauf und dann hast du dann immer freitag beim mittag das gedödelt gehabt war immer sehr laut aber das haben sie irgendwann auf den samstag verlegt so hier unten sollte jetzt eigentlich nicht mehr allzu viel blinken so dann blinkt jetzt da unten noch was was blinkt denn da ah auch die tankgeschichte hier ok kann ich davon welche machen ja machen wir da mal ein paar davon das ist also tank und pumpen geschichte aber die pumpen habe ich nicht kann ich auch keine machen doch kann 3 pumpen machen ach das pump 3 blauplan achso ne die brauche ich erstmal nicht egal so ähm ok da muss ich noch pumpen machen da muss ich noch mal zu den motoren hin gut ok dann gehen wir mal nach oben was fehlt hier noch so was fehlt hier noch so da fehlen auch schon diese tanks guck an ausweichtanks dann fehlt hier überall das wasser ok das müssen wir natürlich setzen ich glaube das war zu nah dran ne bin mir nicht sicher da kommt das wasser hin da so 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 war das ne mit dem wasser ne glaube ich ja ich muss nur aufpassen dass ich da nicht drin stehe im Wasser dann 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 gibt es hier nur Schwierigkeiten mit mir das haben wir ja auch schon mal probiert so zu sterben ne erfolgreich so dann da wasser hin man hätte ja auch eine gerade Teichform nehmen können aber das wäre zu einfach gewesen so habe ich genügend von den Pumpen eigentlich den diesen hier ne freue ich auch welche von die finde ich hier da hier kann ich davon machen davon kann eine machen oh ja noch ein paar mehr davon so was ist denn was fehlt mir da da fehlen mir Eisenplatten die Logistik an soll noch ein bisschen was herfliegen Eisenblicken kommen als erstes an na gut die können sie auch einlagern wenn sie ankommen ok gut ähm ahja wir können hier unten schon mal siehst du das kann ich unten schon mal machen noch mit jetzt machen wir mal Wasser hier oben so so mein Wasser reicht nicht mal aus was ich hier habe hier mhm um die Teichhalle zu bauen so dann auch noch so warum steht der denn jetzt da ach das ist durch das Spiegeln wegkommen oder was steht hier da wie bestellt nicht abgeholt nöt so äh weiße Ventile muss ich auch nochmal machen aber da brauche ich auch Eisen für ne vielleicht brauche ich hier oben ja auch nochmal acht weiße Ventile alles klar guti dann gehen wir unten erst noch ein paar von den Dings hier reinlegen 100 Stück reichen ja haben wir gelernt was sie denn so aussah so legen sie mal raus bitte gut dann können wir da die Tanks hinsetzen numbered ordnung pursue 2 3 1 2 3 3 3 2 2 3 3 1 hast du nicht gekriegt von der drüben? Wieso kriegst du denn keinen Strom von der drüben? Dann da los, das ist ja brech. Wo ist der Kontraststrom? So, das geht. So, dann brauchen wir hier eine blaue Kiste. Die blaue Kiste. Und Lostel Bahnhof. Wo ist er denn? Da. Nee, das ist ein Signal. Na, gar keiner da. Wochen können wir auch keinen, weil uns Eisenblatt fehlen. Okay, so, gut, die sollten hier auf dem Weg sein. Pumpen können wir auch schon ein paar setzen hier, aber auch noch nicht viele. Das heißt, wir müssen da mal einmal ein bisschen weiter hochfahren, damit wir das hier alles nutzen können. Okay, gut, naja, ist halt so. Aber schön sieht's schon mal aus hier. Und wenn das dann hier alles losgeht und los eiert und der Bahnhof dort in Folge fahren wird, da freue ich mich schon drauf. So. Und dann dort alle Flüssigkeiten ankommen. So, dann rein in den Zug und dann fahren wir jetzt was ist denn da? Fangen wir hier hin. Abfahrt. So. Gut. Es wird auch immer besser. Dann holen wir uns nämlich die Motoren, die Pumpen und alles. Dann sind wir hier auch in der Nähe von den ganzen, die hier sowieso irgendwo von uns holen. Naja, hier sind noch ein paar Solarpanels gemacht worden. Ja, die sollte ich. Ich wollte mal mit Solarpanels erweitern. Pro Masten. Ah, kann man auch schon wieder was nachwerfen. Und ja, ich kann es ja mal automatisieren. Ja, ein bisschen was auf hier. So, dann brauche ich 50 Motoren. Äh, um machen wir 50 Pumpen. Wollen wir 50 davon machen? Ach, nochmal Pumpe 3. Mein Gott. Was man hat, das hat man. Na so, dann. Könnte ich ein bisschen in bei mir holen. Ich könnte ja noch mal ein paar Tanks machen, aber okay. Ich gebe mir jetzt mal Strom aus und wieder hergestellt. Oh, die Dinger sind aus. Warum sind die Dinger aus? Weil keine Landingpads da sind, weil keine Eisenzahnräder da sind. Alles klar. Okay, Moment. So, ich habe mal Eisenzahnräder da, höre ich. Wie sieht es hier oben aus? Da hat man aber reinlegen, ne? 77 Stück kann er noch machen, dann gehen die aus hier. Weil die keine roten Chips haben. Keine roten Chips, kein Problem. Na, fahr doch nicht weg hier. Kann man da mal rangehen. So, bisschen mit dem Rote Chips. Dann kannst du auch noch wieder welche machen und von den anderen Dingern sind noch 100 und ein bisschen was dabei. Ah, da brauchen wir fünf Stück von. Okay. Ah, aber ich fehlen auch Rote Chips. Alles klar, kein Problem. Kriege ich. Kriege ich geregelt. Gehe ich mal hier in die nächste Rote Giste. Zack. 200 Rote Chips. So. Geht's erst mal wieder los. So, dann können die wieder produziert werden. Dann haben wir wieder ein paar von den Dingern über. Das heißt also, die können dann auch da weitersetzen. Ah, okay. Ich sehe schon, das hat sogar schon dazu geführt, dass hier manche jetzt auch nicht gesetzt wurden. Oder gesetzt werden konnten. Okay, okay, okay. Dass sie darauf gewartet haben, dass die dann wieder kommen. Hier da oben. Der, ja. Okay. Naja, ist okay. Gut. Kurzzeitig wird das ja mal gesetzt hier, ne? Also die müssen rumkommen, weil hier ist der Stromeingang immer von den ganzen Sachen. Das heißt, so weit müssen sie sowieso erst mal rumbauen dort. Ich habe auch ein paar Drohnen verloren beim, beim, ähm, Bauen von dem Karree, weil die hier ein bisschen unmüssig rüber geflogen sind. Und da ein Boom war, der hat uns fünf oder sechs Drohnen gekostet. Aber da könnte man ja auch noch mal ein paar Baudrohnen irgendwann mal einrichten oder machen. Ähm, ja. Was habe ich jetzt, was brauchte ich noch? Ich habe jetzt so von diesen Tanks, brauche ich noch ein paar, ne? Äh, Pumpen habe ich jetzt 50 Stück, glaube ich, ne? Wieder. Wenn ich es zu sehen würde. Ah ja, die Pumpen brauche ich auch noch. Genau. Äh, ich brauche dann noch ein paar davon. Und ein paar davon. So, das wird hier geliefert. Sehr schön. Gut. Ähm, Inma kann ich mir noch mitnehmen. Dann kann ich nämlich die, äh, All-Corner-Tank-Geschichte, nehme hier nochmal ein, zwei Sticks mit hier drüben. Inma habe ich ja hier drüben. Theoretisch. Haben wir ja schon mal ein bisschen was produziert, aber halt eben noch nicht im großen Stil. Und das will wir jetzt noch einrichten, dass wir auch Inva-Plates im großen Stil haben. So, jetzt müsste ich eigentlich hier, ach, ich weiß gar nicht, wo ich die Tanks habe, ich habe einen Zug geschnitten, ne? Das müssen wir mit. So. Mal gucken wir mal kurz in den Zug rein. So, bei den Strommasten nachlegen, da habe ich ja, ach so, da hat ja Eisen gefehlt und so, ne? Wo wir erinnern es. Schön, Problem. Haben wir hier drinne. Um die hier Strom aus dem drinnen. Die hier ist mit dem Pol 2. Ich kann ja sowieso eigentlich erstmal 100 Stück hier reinlegen. Und ich habe hier noch ein paar. Was habe ich denn hier noch? Die Tanks, die wollte ich jetzt dann, die 13 wollte ich auf 2 ausbauen. Was brauche ich für 3? Eisenplatten noch. Wenn wir soweit sind, okay. Ah, die ist ja noch, Pflanzchen produzieren hier unten. Gut, dann schiebt er mir noch ein bisschen was zu. Wir werden die Ventile hier erstmal nochmal rauslegen, die wir nicht brauchen. Weiße Ventile brauche ich noch ein paar. Die kann ich auch schon mal mit dem Auftrag geben. Drei Stück kann ich jetzt gerade machen. Das liegt wahrscheinlich an dem mangelnden Eisenplatten. Aber da werden wir gleich welche hier liefert. Judy. Wir sehen uns dann wieder. Wenn ich dann wieder unten angekommen bin, dann bauen wir den Bereich da fertig. Der dann noch fertig werden muss. Und wenn der fertig ist, dann kann es losgehen mit, dass der zweite Produktionsstrang steht. Und dann werden wir das komplett umdrehen und von der anderen Seite nochmal bauen. Und dann haben wir sozusagen das erste Karree fertig, welches uns kontinuierlich theoretisch 1600 Mineral Sludge liefern kann pro Sekunde. Also in einem Karree sind es glaube ich 200, ne? Richtig bin. 400 sind es in einem Karree. 200 ist es in einer Spalte hier. Und ja, es sieht eigentlich ganz gut aus. Also bis auf die Verbrennung, dass die hier außen steht und ähnliches, ja. Also theoretisch, wenn man es ein bisschen noch vom Packing noch ein bisschen besser macht, wenn man es sozusagen so halbiert hier drüber über diese Kanten, dann kann man auch fünf davon da einbauen, dann hätte man einen 2000er Block sozusagen. Aber bleiben wir mal bei den schönen 16er Reihen, immer bei den Zahlen. Da freut sich dann auch der Informatiker sehr darüber. So, dann machen wir mal 18 Stück davon. Dann haben wir nämlich 20. Das sollte dann erstmal ein bisschen vorhalten. Wir können da unten ja auch alles in die Kisten reinfeuern, damit die dann dort Männer bauen können. So, gut. Bis denn. Tschüss. Ciao.